Freunde, herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Freunde, ich habe so ein bisschen mal geguckt im Internet, was gerade so was ist, was gerade gehypt wird. Jetzt geht es um Sven Voss. Es geht um die Frauen-WM, um das Spiel Kanada gegen Neuseeland. Da war eine Schiedsrichterin, da wohl, ihr wisst ja, mit dem VR geguckt worden ist, ob das Abseits ist oder nicht. Ich halte jetzt diesen Druck kurz. Wir schauen da mal kurz rein und sehen uns gleich wieder. Also wenn ich jetzt lache, dann kriege ich nachher auf den Sack von euch. Aber ganz ehrlich, Leute, diese Stimme... Entschuldigung, aber das hört sich an. Wie kennt ihr das noch von Police Academy? Hallo? Könnt ihr nicht lauter gehen? Nein, doch, kann ich. So eine Stimme hört sich das an. Und Herr Voss hat einfach nur gesagt, Sven Voss hat gesagt, ist die süße Stimme... Ey, das ist jetzt kein fronted oder irgendwie gehatet oder sowas, wenn ihr das auslegen würdet. Aber es ist halt eine sehr lustige Stimme. Die hat einen super Job gemacht. Darüber lässt sich nicht reden. Aber diese Stimme, tut mir leid, da kann man einfach nur drüber schmunzeln. Und ich muss Sven Voss recht geben. Es ist eine sehr süße und tolle Stimme. Tut mir leid, das war dieses Video. Grüße gehen raus und wir sehen uns natürlich pünktlich wieder zum letzten deutschen Gruppenspiel, was definitiv auch nicht gewinnt. Bis dahin, das Gute.